Wir sollten wahrscheinlich versuchen, etwas zu schlafen. Wie spät ist es? Es ist gleich acht. Was hältst du von Kuchen zum Frühstück? Ich springe unter die Dusche. Kommst du mit? Ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Ich kann einfach nicht mehr. Hallo? Ah, Greggs Hosen? Nein, er hat sie im Moment nicht an. Ich bin, ähm, ich bin Dharma. Und wer sind Sie? Oh, hallo, Gregorys Mutter. Nein, er ist gerade unter der Dusche. Soll ich ihm was ausrichten? Ein Uhr Mittagessen. Und zwar bei ihm. Wir werden da sein. Ich begleite ihn. Ah, entschuldigen Sie, es wird zwei werden. Wir sind noch in Nevada. Ah, okay, in Ordnung. Bis später, Gregorys Mutter. Sag mal, mit wem redest du denn da? Ach, das war gerade deine Mutter. Was? Na los, beeil dich. Wir müssen um zwei bei deinen Eltern sein. Was? Na schön, ich muss mich nur schnell umziehen und dann können wir gehen. Hallo, Jane. Hallo, Dharma. Was ist denn los? Ich mach gerade mit Ivan Schluss. Ist das dein Motorrad? Das war's mal. Jetzt ist es Müll. Ach, ich hab Neuigkeiten für dich. Ach ja, und die wären? Ich hab geheiratet. Ach, hau ab. Nein, hau du ab. Hau ab. Nein, hau du ab. Bester ist mein Mann, Greg. Unglaublich. Ich gratuliere. Dankeschön. Dazu, wenn du dich meiner Freundin gegenüber schlecht benimmst, dann mach ich dich so fertig, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Hey, ich muss das jetzt fertig machen, ehe Ivan aufwacht. War schön, dich kennenzulernen, Greg. War mir ne Freude. Oh, meine beiden Süßen. Hallo, wie geht's euch? Greg, ich will dir meine Hunde vorstellen. Stinky. Und das ist Stinkys Hund Nuncius. Stinky hat seinen eigenen Hund? Ja, den hat er zu seiner Barmizwa gekriegt. Na, wie gefällt's dir? Also, sowas hab ich noch nie vorher gesehen. Gut, genau das wollte ich auch erreichen. Äh, da, Mama, da ist eine nackte Frau im Zimmer. Äh, wie, ich würd dir gern jemanden vorstellen. Was? Oh, ach, entschuldige. Sie zieht sich immer aus, wenn sie malt. Ist das eine Freundin? Nein, das ist meine Mutter. Die nackte Frau ist deine Mutter? Hast du Magentabletten? Na, Schätzchen? Na, wie läuft's mit dem Wandgemälde? Oh Mann, ich hatte Schwierigkeiten, das Gesicht von Gott hinzukriegen. Also, an deiner Wand werden Adam und Eva von Janis Joplin erschaffen. Cool. Weißt du was? Was? Ich hab geheiratet. Ach was, hau ab. Nein, mach du ab. Oh, Mama, Schätzchen. Oh, oh, oh. Äh, wie, ich würd dir gern meinen Mann vorstellen, Greg. Ah, ist das schön, das zu sagen. Greg. Oh, wie schön. Ich gratuliere euch. Dankeschön. Ich verspreche Ihnen, dass es Ihrer Tochter bei mir gut gehen wird. Oh. Vielen Dank.